Wir sind zwei und drei auseinander. So. Hier komm ich hier wieder raus. Nice. Gar nicht. Schön Leute. Juhu. Ja das geht jetzt wohl so. Würde ich auch sagen. Ja und das andere war ja... Schade. Also hätte das mit dem Erfolg auch funktioniert. Wenn wir das jetzt als First Try ansehen. Weil wenn das jedes Mal richtig versucht. Also wenn es geklappt hätte mit der... Genau du darfst sie jetzt einmal auf den Kopf hauen. Dass du dran schuldigst. Bei unserem First Kill habe ich es auch. Wo wir das erste Mal so weit waren auch so. Die Ansagerei. Das bringt mich manchmal völlig so aus. Aber du siehst. Mit der Zusammenstellung hätten wir es uns schaffen können. Genauso wie wir es die Russenfaktik auch schaffen hätten können. Ja. Gut was wir können. Ja. Genau wie ich es geplant habe. Für euer unwissentliches Opfer. Und dann braucht mir noch so ein paar Sachen da. Aber... Geht nicht nur mal auf Hero machen so. Pfff. Wie ich sie zu Anführern der Geister. Wie der eine Weck. Also wie gesagt. Ich wäre echt sehr verbunden. Ich habe Donnerstag mit dem Knie. Ja wir werden gucken. Was machen denn am Donnerstag? Am Donnerstag haben wir ganz normal intern den Elbray, und wir wissen jetzt allerdings noch nicht, wer kommt, wer kommt. Wir können nichts versprechen. Wenn ihr noch einen Healer braucht, einen Priester oder so, dann sagt ihr Bescheid. Welch hässliche Ironie! Heal ist immer gut. Also eventuell kann ich nicht über... Finger jetzt auf. Ja, Catelyn kommt nach Donnerstag mit. Aber wir brauchen ja trotzdem noch einen zweiten hier, weil Rufpups ist ja nur Außenseiler. Ja, Finger, man weiß es denn. Ja, da reicht ja. Wer hat denn sich angepasst? Ja, Anze. Also Catelyn oder Yaki oder whatever. Warum Angst nicht? Ich muss so so drauf machen. Was macht ihr denn? Macht ihr Hardmobs oder macht ihr... ein Hardmobs oder macht ihr das? Ja, nein, aber ein Hardmobs oder macht ihr es? Ich kann auch nicht nur mit dem Knochen honorary machen. Wenn es nicht nur bei mir ist nie steht. Ja, ich kann das nicht beides. Ja, jetzt geh ich nicht mehr um, wenn sie es morgen besser machen. Harsch, also, aber zu Katakrysen, weil, äh, Ja, und dann brauch ich in Deutsch ganz sicherlich nicht mehr. Ja, ich mein ja, ich mein ja nur in Katakrysen hier Paragon. Also noch nicht loot verteilt? Die spielen auch Dings. Aber ist eh nichts für dich drin. Ja, ich mein ja nur in Katakrysen. Ja, ich mein ja nur in Katakrysen. Ja, ich mein ja nur in Katakrysen.